Wir lieben Ansbach und ich persönlich liebe natürlich das Polizeiorchester Bayern. Am 29. April haben Sie die Möglichkeit, uns, das Polizeiorchester Bayern, live in Ansbach zu erleben. Fränkischer verlost dafür zwei Tickets und Sie können diese Tickets gewinnen. Also machen Sie mit. Wir freuen uns auf Sie, wenn es heißt, Polizeiorchester Bayern liebt Ansbach. Und ich hoffe dann, ist es völlig klar, dass auch Ansbach das Polizeiorchester Bayern liebt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.